Aus Google Places wird Google Plus local. Mein Name ist Philipp Sander, ich bin von der INM AG und Sie schauen an Website-Marketing.ch. Es ist noch nicht lange her, da hat Google umgestellt. Die alten Google Places-Sites, die sind weg, die findet man auch nicht mehr. Ich habe hier noch ein Bild einer alten Seite. Früher hat das also so ausgeschaut, ich konnte die verifizieren, heute geht das nicht mehr. Wenn ich heute auf Google gehe und beispielsweise nach Blumen suche, dann kriege ich hier ganz verschiedene Einträge, unter anderem eben die alten Places-Einträge, die sich heute Google Plus nennen, oder eben auch Bilder und so weiter, das ganze Universal Search-Programm. Schauen wir uns das gleich kurz an. Ich habe hier nach Blumen gesucht, dann werden mir zuerst Anzeigen angezeigt. Die oberste, das ist der Fleur-Up, das ist aber allerdings das einzige Adword, das hier erscheint. Dann habe ich unten Wikipedia, meiner Ansicht nach auch nicht wirklich ein organisches Ranking, also gehört auch schon zum Universal-Bereich ausserhalb dem Organic Ranking. Und dann kommen hier unten die ganzen alten Places-Einträge und hier sieht man dann schön, die heissen hier alle Google Plus-Seiten. Wenn ich weiter runter scrolle, kommen zwei, drei normale Organic Rankings und dann als nächstes Blumenbilder, das heisst aus dem Blumenbereich raus. Gehe ich jetzt aber zurück und klicke hier beispielsweise auf diesen Eintrag hier, dann gelange ich auf diese Migros-M-Edmattingen, da gibt es offenbar Blumen zu kaufen, das ist hier eingetragen und ich sehe hier diesen Google Plus-Eintrag, das sieht man hier oben links. Was hier nicht mehr schön ist, es fehlen Bilder, hier fehlen auch meistens dann die Bewertungen, das ist natürlich ungut, vor allem wenn die gut gerankt waren vorher oder wenn ich hier viele gute, positive Bewertungen hatte. Also hier hat Google irgendwas gebastelt, sage ich mal, richtig gemarcht wurde das noch nicht. Sollte eigentlich das Ziel sein, wenn ich nach Blumen Zürich suche und hier auf einen Antrag beispielsweise den Krämer hier klicke, dann sehe ich, wie das mal ausschauen könnte. Da habe ich auch wieder einen Google Plus-Eintrag, der hat jetzt die Bilder drin, der hat hier oben dieses grössere Banner drin, das ist natürlich optimal gelöst, das schaut jetzt aus wie eine Google Plus-Seite und er hat vor allem hier unten die Bewertungen drin, sogar noch eins mit einem Bild, sehr gute Bewertungen, immer von drei Punkten. Das wäre also jetzt das Ziel, dass man das erreicht. Das heisst, Google baut hier jetzt uns irgendwas zusammen, das Sie selber wahrscheinlich noch nicht richtig im Griff haben, denn eigentlich sollten die Google Places-Einträge mit den Google Plus-Local-Einträgen gemarcht werden. Das heisst, das kommt dann alles in Ihren Google Plus-Account rein. Wenn Sie den heute noch nicht haben, empfehle ich Ihnen mal einen anzulegen und dann zu hoffen, dass das auch funktioniert. Irgendwann wird man das wohl angeben können, dann wird man das selber merchen können und dann funktioniert das. Und dann habe ich nachher einen aufgeräumten, guten Google Plus-Local-Eintrag anstatt den alten Google Places-Eintrag. Nämlich ist natürlich ein Wunder, wie ihr oder welche Erfahrungen ihr hier gemacht habt mit dem ganzen Thema Kommentare. Wie immer hier, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es hier abonnieren. Mein Name, Philipp Sauber, ich bin von der INMAG und Sie haben Website-Marketing.co geschaut. Ich bin von der INMAG, Philipp Sauber, ich bin von der INMAG und ich bin von der INMAG.